Ja, hallo und herzlich willkommen zu Hanako, einem neuen Chillers Art Game, richtig richtig nice. Hat jetzt ein bisschen gedauert, sag ich mal eins der, sag ich mal ein Part, Chillers Art Games zu spielen. Wir spielen da gerade noch The Convenience Store, wo ich glaube morgen über morgen auch schon die nächste Folge kommt, aber hier auf jeden Fall Hanako hat wieder anscheinend dasselbe System wie Yuki Onna und Akamanto. Ich habe mich hier aber noch gar nicht informiert, deshalb glaube ich das neueste Chillers Art Game. In Anführungsstrichen neueste, das ist jetzt glaube ich auch schon ein, zwei Monate alt, aber wir geben es uns mal. Neues Spiel. Jetzt bin ich gespannt, weil vor dem Spiel habe ich gar nichts gesehen. Einfach gesehen, auf der Wunschliste ist es neu draußen, fertig geholt und seitdem auch gar nicht mehr angefasst. Hey, kannst du dich an die Gerüchte, die ich dir erzählt habe? Ja. Was ist damit? Ähm, okay. Es ist jetzt ergeben, die Schule ist, ähm, der Ort, wo alles angefangen hat. Okay. Niemals. Ähm, das sagen die Gerüchte. Okay. Ähm, ein Mädchen hat sich hier in den, ähm, in Waschräumen der Mädchen getötet. Okay. Hat es da, äh. Ach, okay. Ich glaube, ja, vierte Kabine, äh, dritte Kabine. Ich glaube, so ist das gemeint. Äh, in der dritten Etage. Ähm, sie ist verblutet, äh, hat sich mit einem großen Küchenmesser, äh, und wurde mit einem großen Küchenmesser in der Hand gefunden. Ein großer Messer? Okay, okay, okay. Ja, also, ja, Küchenmesser. Ich, ich kann mir mittlerweile solche Storys schon decken. Äh, hm. Ähm, und erinnerst du dich, dass sie für ihr rotes, für ihr rotes Shirt bekannt war? Ähm, es ist rausgekommen, ja. Dass sie die, äh, selber Uniform, äh, wie jeder andere auch getragen hat? Ja, okay. Und das Rot, äh, das kam von ihrem Blut, ne? Ja, das ist, weil sie ihre Klamotten im eigenen Blut, äh, gewaschen hat. Ja, okay, Klischee, Klischee, aber was will man machen? Drücke WSD zum Bewegen. Okay, gleich, dem linken Mausknopf, äh, um zu interagieren. Ist doch schön. Und, alter. Stimmt. Okay, 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 okay. Eines wusste ich noch aus dem Trailern. Eines, was ich mir irgendwie für einen Monat angesehen hatte, oder für zwei. Man ist nicht alleine in dem Game anscheinend. Also, das ist anders wie in den anderen, äh, Chillers Art Spielen. Man hat ein bisschen Company. Also, wer bist du? Yume. Ähm, ich hab mein, äh, ich hab mein Älter gesagt, dass ich, äh, bei dir übernachten würde. Äh, sind deine Eltern heute zu Hause? Ich fühl mich nicht so gut, wenn ich das jetzt mache. Naja, es ist für das wohl der Klasse. Wenn die Legende war es, dann, naja, nach allem, wir müssen sie loswerden. Äh, eigentlich sollte mich eine Legende, von der ich noch nie gehört habe, und die mir noch nichts angetan hat, nicht jucken, aber okay. Oh. Lass mich das mal klarstellen. Jemanden zu verfluchen. Äh, müssen uns einfach nur das Gesicht der Person vorstellen, wenn wir das Ritual machen. Das funktioniert besser. Äh, sie verdient es sich, in dieser Welt zu leben. Ähm, okay, wir hassen anscheinend, äh, dieses Mädchen, was sich umgebracht hat, was jetzt so anscheinend Geist ist, hassen wir anscheinend mega. Äh, drücke Tab, um dein Inventar zu öffnen. So, du kannst, äh, du kannst also zwischen den Items wechseln, mit dem Maus, ja, Ding, okay. Gut. Machen wir mal los. Okay, das ist jetzt, wenn ich, äh, scrollen würde. Nicht dieser Weg. Und der hier? Auch nicht. Okay. Wow. Es ist immer so, man hängt dann abends in der Schule ab, aber da denkt man sich, die Gebäude werden doch abgeschlossen. Welcher Spaß, die kommt dann abends noch in die Schule. Würde ich nicht so geil finden. Okay, okay, dritter Stock wurde gesagt. Gut, wir gehen trotzdem erstmal nach unten. Wisst ihr, ihr seid hier die Gruseligsten von allen, ne? Was ist das? Ich kann das Ding noch nicht ausschalten, ne? Oh, 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 oh. Warte. Jetzt können wir uns das mal angucken. Aha. Ja, ich lese darauf, dass... Nichts. Ich habe nichts verstanden. Auch nicht dieser Weg, alles klar. Das können wir ja schon aus Schilders Art spielen, dass einfach mal was durch die Wand guckt. Auch nicht hier lang. What the fuck, was ist das? Ist ja auch diese Lichter? Wenn ihr so weitermacht, dann bringt mich nicht auf dumme Gedanken hier. Ihr geht mir ganz schön auf die Nerven. Ich hätte euch hier einfach stehen lassen. Ich habe die Taschenlampe. Ohne die Taschenlampe. Und nicht dieser Weg. Ich meine diese Anime-Bilder da. Ist das echt in Schulen so? Oder so? Ist das echt so? In Japanischen? Ich hab keine Ahnung. Auch nicht dieser Weg. Schön, dass wir hier wie ein Dummer durch die Gegend gejagt werden. Nicht da lang, geh nicht da lang. Sollen wir das jetzt irgendwas sagen? What the fuck? Der eine Fisch hier läuft. Wenn ich das richtig sehe? Ja, okay, der hat Füße. What the fuck? Nicht hier. Ich lass euch nicht mehr aus den Augen. Ihr seid... Ah, hier, natürlich. Das einzige Zimmer, was beleuchtet ist. Das ist die dritte Kabine. Okay, spinn. Nochmal spinn. Und wir sagen nichts. Dreimal knopfen. Hanako-san. Lass uns spielen. What the fuck? Ist das echt eine Legende? Oder ist das nur in dieser Welt sozusagen eine Legende? Die haben sich bis jetzt ja immer auf echte Begebenheiten orientiert. Oder echte Sachen aus dem richtigen Leben. Hanako-san. Lass uns spielen. Hat hier richtig gut funktioniert. Wir sollten gehen. Ich kann mich auch nicht mal bewegen. Also okay. Taschen aber auch nicht. What the fuck? Please, sag nicht, dass das ein Bug ist, ne? Ach, nein. Come on. Ich kann auch nichts mehr mit der Tür machen. Ähm. Ach, okay. Ich musste nur mit... Okay, ich denke, wir sollten jetzt endlich mal gehen. Ich will hier nicht mehr lange weiterbleiben. Okay. Ja, dann haut doch ab. Ist das eure scheiß Angst? Okay, es ist anscheinend nicht ver... ...packt. Äh. What the fuck? Geisterlaute.mp3. Aber... Okay, wir sind in einer anderen... ...alte japanische Münze. Wir sind in einer anderen Toilette aufgewacht. Alles klar. Weil hier war eben nicht die... Ach du Scheiße. ...mhm. Haben wir wieder schöne Spiegelung? Ja, perfekt. Mit Doppeltür, wo keine ist. Äh, halt die Schifte hin zu rennen. Aber vorsichtig, manche Gegner könnten dich hören. What the fuck? Okay. Dafür brauchen wir einen Schlüssel. Okay. Alter, voll die... Voll die Server an der S. Ich hasse ganz ehrlich diese Tastatursteuerung mit Shift und so. Ich bete jedes Spiel an, was den Steam-Controller unterstützt. Und auch wenn es so halbwegs ist. Können es alles angucken. Okay. Okay, hier latschen jetzt anscheinend auch wieder Gegner rum. Ich lass dich mitnehmen. Ich bin zu klein. Blutiger locker. Kann ich da irgendwas reinpacken? Nee. Tja, ich hab alles versucht. Ich bin zu klein und ich bin ein Unnützer-Idiot. Ich würde doch hier sofort Feueralarm auslösen, wenn wir hier Geist haben und eingeschlossen sind und so. Würde uns zwar nicht retten, aber man könnte es versuchen. Oh. Wir finden immer so kleine Sachen, aber wir können nichts damit machen. WTF. Eine Skulptur. Eine Skulptur. Das ist ja echt sogar noch schlimmer, wie er kann man sonst. Das Gebiet ist gefühlt viel, viel größer. Man braucht jetzt tausende Schlüssel. Ach du Scheiße. Musikraumschlüssel benötigt. Alles klar. Oh. Nächstes Zimmer. Dokument 1. Okay. Geld redet. Geld ist alles. Leute können nicht reden ohne Geld. Sie sagen, Geld ist nicht alles, aber da gibt es nichts mehr, was wichtiger ist wie Geld, oder? Wenn Geld nicht wichtig ist, gib mir alles Geld, was du hast. Leute sagen, es ist schlecht, das Geld zu nehmen. Ich denke, es ist ihre Schuld, dass es genommen wurde, was? Sie sollten das Geld nicht haben, wenn sie es nicht verlieren wollen. Gestohlen, denn Geld ist deine Schuld, dass es gestohlen wurde. Ja, jeder sagt immer, ja, Geld ist nicht alles und der ganze Kram. Aber doch, die meisten Leuten geht es ums Geld. Und ja, kann ich auch verstehen. Wenn mir jemand 100 Euro in die Hand drücken würde. Okay, auf der anderen Seite ist was. Aus irgendeinem Grund, dann würde ich wahrscheinlich auch nicht Nein sagen. Nein, das ist Yuma. Oh mein Gott, du bist okay. Ich weiß nicht, was passiert ist. Als ich aufgewacht bin, war ich in der zweiten Etage. Ich habe unten Schritte gehört und bin hier runtergegangen. Nur um zu sehen, dass die Gitter und alles zu sind. Wieso hat eine Schule das? Das ist doch nur wegen Einbrüchen. Hier. Nimm diesen Schlüssel, den ich im Clubraum gefunden habe. Ich habe ein Geräusch vom Pool bekommen hören. Sei vorsichtig. Und deswegen soll ich da hingehen? Okay, aber der Schlüssel sieht relativ realistisch aus. Also was die Gegenstände und so angeht, da haben die meistens eigentlich eine ganz gute Grafik. Natürlich jetzt sowas hier nicht, aber... Oh. Ich denke, ich die Kerze ausmachen. Basement Key Required. Ach du Scheiße. Was ist das? Ach komm, beten wir. Ich fühle mich wohl, wenn ich näher des Schreins bin. Ich kann schon hören, wie es nach Gold... Also wie es Gold will. Ja. Saven mit dem Coin. Wieso hat die Schule sowas? Aber jetzt glaube ich auch, ich weiß, wofür die Teile sind. Ich würde schätzen, dass das zum Pool führt. Warte. Das sieht mir aus wie so eine Wasserpumpe oder so. Oder ich labere gerade ein bisschen Müll. Aber das wäre meine einzige Erklärung. Ja, okay. Pool-Geld-Lock. Alles klar. Geschafft. What the fuck? War das ein Auge? The hell? Was? Okay, da kommen wir nicht lang. Hey, du bist die Olle, die ich vorhin während des Rituals gesehen habe. Wer bist denn du? Sieh mal an, wenn wir hier haben. Ein Besucher? Sei vorsichtig. Ich kann spüren, dass ein Wanderer in der Nähe ist. Was? Dass dir eine Taschenabelle besorgt? Das ist gut für dich. Die sind schwach gegen das Licht, was von der echten Welt kommt. Wie auch immer. Die Menge des Lichts, die du für den Wanderer brauchst, ist unterschiedlich. Du musst vielleicht dein Licht konzentrieren. Wenn du dich verteidigen willst. Okay. Die Vision, die du gerade gesehen hast. Ah. Hanako heißt dich willkommen. Danke. Ey, ich will hier nicht zu weit gehen. Haben wir Tatsache? Wir haben Tatsache in der Umgebung. Auch wenn ich... Okay. Das hinterfragen wir mal nicht. Batterien. Elektrische. Raumschlüssel. Okay. Boah. Vier Batterien. Ist doch geil. Und ein Badeanzug. What the fuck? Ehe ich mich jetzt hier gleich dem Monster in der Arme lautsche, hau ich ab. Ich hab keine Lust. Danke nochmal für deine mehr oder weniger Hilfe. Ich glaube dieser... Aus der Richtung war glaube ich dieser Elektro-Raum, ne? Storage-Room, okay. Hier. Ich glaube wir haben jetzt schon das erste Monster hinter uns. Das ist ja richtig toll. Mhm, mhm, mhm. Sing Leather. Äh, okay. Hm. Dann müssen wir anscheinend doch nochmal zurück zum Pool. Ach, nee. Und uns diesem Scheißvieh stellen. Okay, da lang können wir nicht. Warum auch immer. Heißt wir den rechten Mausknopf, äh, an dein Licht zu konzentrieren. Okay. Jetzt können wir den Gegnern Schaden zufügen. Und mit F können wir unser Licht ausmachen. Okay, okay. Ist mir sowas von scheißegal, Alter. Ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen. Ach du Scheiße. Wir brauchen diesen scheiß Schalter. Ist hier irgendwas? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Irgendwas? Drüber nachgedacht. Ich hab den alten gestunt, ne. Und es hat ihn nicht gejuckt. Hä, hä, hä. Oder noch ein zweiter Electric Raum. Naja, wie auch immer. Es ist so, wie ich bei Akkermando und Yuki Ono gemacht hab. Sobald ich sterbe, hör ich auf mit dem Spiel. Weil das sind nicht meine Spiele. Ich hasse dieses Spiel, wo du wirklich nur Gegenstände einsammeln musst, quasi die Story erst am Ende erfährst und so weiter und so fort. Ähm. Eine Bewertung. Es war allerdings besser, ich muss sagen, Yuki Ono und Akkermando, also es hat sich ja immer so ein bisschen gesteigert. Ich glaube, Akkermando war eine 7 von 10. Yuki Ono eine 8 von 10. Das war jetzt Tatsache. Naja, es hat eine Story, aber das mit dem Gegner jetzt, das hat so kaputt gemacht, Alter. Der war so schnell hinter einem her. Hart unfair, hart unfair. Man konnte sich nicht verstecken oder so. Ähm. Hm. Es hat sich auch nicht verbessert, ganz ehrlich. Ich sag mal jetzt auch. Eine 7. Es ist genau wie Akkermando eine 7, würde ich jetzt mal sagen. Aber wir haben immer ein bisschen Company gehabt und so. Und ja, es ist jetzt eine kleinere, eine kleinere, bessere Story da. Aber es ist einfach nicht meins. Gut, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder und... Könnt ihr das Spiel ja mal selber testen. Ciao.